Da hat es bei mir extrem ein Groschen gefallen und ich habe gewusst, okay, ich will das ab jetzt in jedem Projekt haben, das ich mache. User Story Mapping ist eine Anordnung von Stories in Backlog auf einer Zeitachse, die nach Handlungsschritten der Nutzer sortiert werden und diese Handlungsschritte werden dann nochmal so in Aktivitäten gebündelt. Also man hat quasi so eine Horizontale, auf der die Sequenz passiert und dann hat man so Vertikalen, in der sind die Stories drin, da kann man dann auch explorieren und sich Alternativen überlegen und was du in dem nächsten Schritt machst, ist, du ziehst quasi eine Linie da ein und packst alle Stories nach unten und dann hängst du nur noch die nach oben, wo du sagst, das ist mein erster Release, MVP, wie auch immer man es nennen will. Also es ist sowohl ein Tool, um so das Gesamtsystem zu beschreiben, als auch um dann zu priorisieren damit. Da gibt es so ein total tolles Foto, wo dieser Kerl in so einem relativ leeren, start-upigen Büro am Boden sitzt und vor ihm sind lauter Post-its auf dem Boden, die halt irgendwie dieses Ding beschreiben. Und das zu sehen und zu kapieren, was diese Post-its sind, also da schon agil zu kennen und Stories total super zu finden, aber halt immer zu verstehen, also ich hatte halt immer das Problem, dieser Backlog ist sowas komisch Unanfassbares, es ist so wenig ein Produkt, sondern es ist halt so eine Sammlung dieser Stories und da dann zu kapieren, krass, da kriegt man auf einmal einen Überblick und da sehe ich das Ganze auf einmal im Kontext und kann auch im Kontext anfangen, Sachen zu priorisieren und vielleicht nochmal ganz anders drüber nachzudenken, was ich denn wirklich brauche und was ich vielleicht nicht so brauche. Da ist bei mir extrem ein Groschen gefallen und ich habe gewusst, okay, ich will das ab jetzt in jedem Projekt haben, das ich mache. So, hat nicht in jedem geklappt, aber in fast jedem. Und mit User Story Mapping bin ich eigentlich fast noch nie auf die Nase gefallen. Also es klappt irgendwie echt fast immer. Der Unterschied ist, dass die ein bisschen weniger Fokus legen auf diese Personen zu beschreiben, was so klassische Personen oft sehr detailliert tun und ein bisschen mehr Fokus legen auf, was macht diese Interaktion dann aus, also was ist die konkrete Handlung, die mit der Anwendung dann durchgeführt werden soll. Und das finde ich das Reizvolle dran, weil es halt nicht nur so, ah, das sind unsere Nutzer, wir haben jetzt Empathie, danke, wir tun das mal in die Schublade, ist, sondern wenn ich sowas wie ein Szenario habe, wie da eine Kollege auch in der Session gemeint hat, dann kann ich zum Beispiel auf einmal anfangen, mein Testing darauf aufzubauen und zu sagen, ich mache aus meinen Szenarien meine Tests. Das ist echt so der Kardinalsfehler, da haben wir Product Discovery gemacht, eigentlich total cool, das beauftragt zu kriegen und auch in einem ganz okayen Umfang. Wir haben Research gemacht, wir haben viel versucht, eben so Erkenntnisse zu verdichten als Personas und wir haben da irgendwie mit Value Mapping gearbeitet und haben uns echt Mühe gegeben und wir haben dann die Ergebnisse eben nicht mit den Stakeholdern beim Kunden abgestimmt, sondern dann auf Basis unseres Problemverständnisses eine Lösung gebaut und sind dann nur noch mit der Lösung in Form von einem Prototypen in der Story Map zu den Stakeholdern gegangen und das konnte natürlich nicht funktionieren, weil wir halt dieses gemeinsame Verständnis von dem Problem vorausgesetzt haben, das war nicht da, deshalb konnten sie nicht nachvollziehen, warum wir auf die Lösung kommen, fanden die Lösung schlecht und genau, wir hätten es einfach so machen müssen, wie es in jedem Buch steht und wie man es eigentlich auch selber weiß, dazwischen gucken, dass man gemeinsames Verständnis von dem Problem hat und dann, wenn das wirklich gegeben ist und man das Gefühl hat, dass das halbwegs fundiert die Lösung war und das haben wir so ein bisschen verbaselt. Und ich habe gleich noch was falsch gemacht, das ist halt immer dann so, in so einer Session und auf dem Papier klingt es alles immer super. Da haben wir Quick Personas gemacht und Szenarien, haben die auch abgeschnitten mit dem Kunden und sind dann aber in den folgenden Sprintwechseln immer mehr davon abgekommen und haben uns immer weiter davon entfernt, haben am Anfang nochmal so halbscharrig versucht, die rauszuholen und zu sagen, ja hier, guckt mal, aber wir haben doch und haben irgendwann gemerkt, dass wir damit aber auch nicht mehr wirklich landen können und da hätte man wahrscheinlich ein bisschen strenger sein müssen und sagen müssen, hey, nee, guckt mal, das habt ihr uns freigegeben, das ist eine Vorbedingung für alles, was wir dann nach tun, da halten wir uns jetzt gefälligst auch dran. Also, ja, genau, es gibt viele coole Methoden, aber manchmal klappt es halt nicht so. So double, ja! Oh, li vrij movimiento. Oh, ja, ja, ja. Soviel ist es. Willst du du gut arrives? Irsland. Oh, jaw associiert jeden Tag. Vielen Dank.